Baut das mittlerweile noch drauf auf, ne? Oh, Alter, du bist fast auf meinen Kopf gelacht. Was ist da passiert? Hallo! Was war das denn, Alter? Es war wegescalated. Ich schmeiß nicht oben in den Motor rein, Alter. Unidentified Corpse. Ich bin auf derselben Map. Oh, nee, lass doch eine andere. Oh, Alter! Was soll das denn hier? Jetzt ist der Hegel kaputt, oder was? Hallo und herzlich willkommen zu... TTT Mit den Jungs! Schön, dabei zu sein. Hi, ich bin Jungs. Hi! Ich will fliegen, ich will fliegen, ich will fliegen, ich will fliegen. Wir lassen uns bitte alles zusammen. Wir lassen uns bitte alles zusammen. Alle zusammen. Wir haben Fab grad in die Anmoderation reingeredet. Es tut mir sehr leid. Ja, Entschuldigung. Ich dachte, er war schon fertig. Hier sind einfach irgendwelche Wände. Nee, alles gut. What the fuck? Achso, ich bin Detective. Nice. Hier sind einfach Wände, die ich nicht sehe. Wann fliegt denn das Ding los? Wann fliegt denn das los? Oh Gott. Vielleicht wartet ihr einfach. Was kauf ich denn jetzt mal? Wir fliegen das los. Wie fliegen das los? Die ganze Welt dreht sich um mich. Wo ist die los? Denn ich bin nur ein Terrorist. Bigger. Peace, Leute. Nein! Der Mensch, der mir am liebsten ist. Ich will ja nicht mit Takaishi alleine sein. Takaishi ist ein Wahnsinniger. Ich werde an einem besseren Ort fliegen. Takaishi, hallo. Ich werde euch eine Postkarte schreiben. Takaishi, wir waren immer gute Freunde. Wir waren so viele Nachrichten. Wer ist das da? Wer ist das da? Hey, wer war das? Wer war das hier? Taurus. Taurus hat Melone geschossen. Taurus hat Melone geschossen. Ich war es nicht. Ich war es nicht. Max, bist du Detective? Nein, aber Taurus hat eine Melone auf mich geschossen. Das ist mir vollkommen gelogen. Ja. Boah, ich pack richtig rum mit dem Video. Okay, ihr dürft Taurus platt machen. Ich bin Detective. Ich werde sofort auf ihn schießen. Ich werde sofort auf ihn schießen. Wo ist Taurus? 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 Taurus? Einen Moment. Einen Moment. Wir müssen jetzt mal kurz alles analysieren. Was ist denn? Selfie lebst du noch? Warum bist du aber immer so leise, Taka? Selfie ist, Selfie ist, Selfie ist, Selfie ist. Taka ist voll leise. Du bist voll leise, Taka. Ich bin's nicht. Ja, hey, wie kommst du auf das? Ich fühl's mich, Fab. Du bist doch genauso noch am Leben. Taka Ishi? Taka ist voll leise auf einmal. Ja. Ich bin leise. Ich mach mich lauter. Jetzt bist du wieder da. Jetzt bist du wieder da. Ich mach mich jetzt zu lauter. Ich bin oben beim Heli. Kann man einen Fallschirm kaufen oder so? Nee. Wer lebt denn? Okay, ihr drei noch. Ich lebe noch. Ich lebe auf Taurus. Jetzt hört mich mal ganz kurz zu. Wir müssen das analysieren. Taurus hat auf Max geschossen. Er ist proven. Bergy hat ihn getötet. Er ist auch proven. Selfie und ich leben sind dann nur noch da. Ja, lass uns doch gegenseitig umbringen. Ja, mach mal. Oder Max hat uns nur verarscht. Ja, na klar. Oder Bergy hat uns verarscht und seinen eigenen Kollegen abgeballert. Kann das auch sein? Ja, das könnte auch sein. Das wäre eine schlaue Action, würde ich mal sagen. Auf jeden Fall, ey. Ich steuere das Ding hier. Huh, was passiert hier? Nice. Ich kann das Steuerrad drehen. Heftig. Der K-Tain kann nichts mehr sehen, Alter. Ey, ich werde aus dem Färbeschossen. Taka Ishi schießt. Sorry, sorry. Ja, er wollte One-Hit leider nicht geschärft. Ich habe ihn gekillt. Ich habe ihn gekillt. Er ist Pepe. Oder nicht? Ich habe Taka Ishi gekillt. Fab, wo bist du? Ich stehe hier immer noch auf dem Schiff. Taka ist anscheinend Inno. Kannst du mir eine Dingens-Box hinstellen? Eine was-Box? Eine Health-Box. Tut mir leid, Taka. Taka war Inno. Ja, anscheinend. Dann ist es doch Selfie. Wenn ich ihn gekillt habe, ich habe Taka gekillt und die Runde ist nicht vorbei. Taurus ist ja schon tot. Ja, ich habe Taurus getötet. Das heißt, rein theoretisch könntest du jetzt eigentlich... Weil er auf mich geschossen hat. Er stand oben am Fernseher auf mich geschossen. Max, hör mal zu. Ja. Ich habe Taurus getötet. Wenn du mir jetzt nur minimal glauben würdest, dass ich nicht Trader bin, weil ich Taurus getötet habe, meinen Trader-Kollegen, dann müsstest du jetzt Selfie umbringen. Ja. Selfie schießt auf mich. Selfie schießt auf mich. Ja, dann töt ihn. Max? Max? Okay, Selfie ist es. Bist du wirklich sicher, Fab? Fergie, Selfie ist es. Du bist die ganze Zeit bei mir. Ja, ja, schon klar. Aber hast du jetzt mal diese Box für mich? Was? Wie geht denn das? Ja, erzähl. Und dann C. Diese Box aufbauen da. Irgendwie, wie heißt sie? Weiß ich nicht. Poison. Poison Box. Poison Box. Health Station. Genau, die Health Station. Kann ich nicht mehr kaufen. Hab schon was gekauft. Du hast schon ordentlich eingekauft, ne? In der polische Kleider. Ja, lass mal auf Selfie-Jagd gehen. Ja, das ist aber gemein jetzt. Wie in der Schule, ne? Ja. Stehst du da oben nicht? Ja, das muss so. Ich habe gerade hier Taka Ishii gefunden. Und er ist anscheinend innocent. Ne, du hast einen Körper von Sergeant Max gefunden. Ah, ja, genau. Ja, ja, genau. Hahaha. Es ist so proven. Ja. Ich habe dir extra gesagt, dass ich den gefunden habe. Das war zusammenbleiben, Fab. Jeder macht sein eigenes Ding. Alles gut. Jeder macht sein eigenes Ding. Ja, wo seid ihr? Ah, ah, ah. Schießt dich dich gerade an? Oder wieso machst du so? Ja, er hat mir schon was verraten. Ja, ja, ja. Ich bin wieder mit meiner Brüder. Haha, ha, 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 ha. Aber das sind. Ach, ha, 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 ha. Ich bin wieder mit meiner Brüder. Wolltest du auf Wader? Ich denke so. Du hast die Federal Rifle, Alter. Du musst noch ein bisschen snipen jetzt. Sophie? Ja? Ey, 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 halt, halt, stopp. Hast du gehört, ja? Interessanter Plattwist. Ich hab nur die Wand mit der Wand geredet. Ich seh dich halt auch nicht. Ja, ich seh ihn im Moment auch noch nicht. Ich bin in der Stellung so nicht zu heftig. Oh. Jetzt noch eine Zeitlupe, die ich hätte einsetzen können. Bam, Alter. Wenn du jetzt kurz so Bescheid geben können, so. Ich töd dich jetzt gleich. Gib doch einen Radarsafie, ne? Ja, ich weiß. Ich hab einen Mellon-Launcher ausgegeben und Zeitlupe. Ich bin grad freundlich. Ich bin wieder beim Heli. Ich fahr wieder los. Nee, du fährst jetzt nicht los. Du fliegst los. Will jemand mit? Ja, ich will mit. Wir machen jetzt einen Familienausflug. Ob das eine gute Idee ist, wenn wir als Industrienten mit allen Traitern da drin stehen. Ohne die Bombe. Ohne die Bombe. Ohne die Bombe bleibt hier. Ohne die Bombe bleibt hier. Ohne die Bombe bleibt hier. Keine Widerrede, die Bombe bleibt wo sie ist. Ohne die Bombe bleibt hier. Hat jemand geschossen? Ja, ich bin das. Ich hab ein paar Fässer abgeschossen. Ich bin Detective. Der Detective sagen alle in den Helikopter. Der Detective sagen alle in den Helikopter. Ja, dann mach ich den Helikopter jetzt alleine ohne euch an, Alter. Ich komm jetzt zum Helikopter. Ich komm jetzt zum Helikopter. Ja, dann kommt doch jetzt. Dann steig doch ein. Nein, ich warte jetzt bis die anderen kommen. Ich begebe mich jetzt zum Helikopter. Bitte alle zum Helikopter. Ich komme jetzt. Ich will seinen Flug auf jeden Fall schaffen. Hey, mach die Tür zu. Mach die Tür auf. Die Tür bleibt da wo sie ist. Ja und? Alle steigen ein, alle steigen ein. Ich bin hier. Hallo, hallo. Ich bin nicht so schnell. Ich bin noch nicht bei mir. Ich will ne Wasser suchen. Die andere Tür bleibt auf. Ihr steigt jetzt alle ein. Aber an die Traitor. Junge, du auch. Hallo. Ich bin noch drin. Taros, rein da. Ey die Traitor, wenn ihr jetzt hier ne Bombe zündet, dann bin ich nicht mehr mit euch. Wieso? Wieso bleibt Bergen denn hier? Wieso bleibt Bergen denn hier? Ja, das verstehe ich nicht. Ihr startet jetzt den Helikopter. Ey, da ist doch einer da draußen. Wenn jetzt nicht ich. Magst du raussteigen, magst du raussteigen? Keine Bombe, ne? Ja, aber warum bleibt Bergen denn das verstehen? Ja, weil ich der Detektiv bin. Ja und? Was hat er denn für ein Privileg jetzt da? Ja, weil er macht kein Problem. Ey Leute, das ist viel zu... Oh nein! Oh nein! LOL! Die sind alle raus. Die sind alle rausgeflogen. Ich bin alleine nur noch hier drin. Die sind alle rausgeglitscht. Die sind alle rausgeglitscht. Die sind alle rausgeglitscht. Die sind alle rausgeglitscht. Die sind einfach alle rausgeglitscht. Nein, ich werd beschossen. E drücken. Was? Ja, ja, ja. Ich bin safe. Passiert nicht. Hä? Ich bin einfach gestorben. Ich bin einfach... Wir sind einfach alle aus dem Helikopter geflogen, Mann. Das war gut, ey. Wir waren zusammen als Traitor mit allen anderen da drin. Super geil. Wir hätten es locker wegmachen können, ey. Dafür sah es mega lustig aus. So eine Scheiße, aber auch Traitor. Leckerlich. Ja, ich war auch Traitor. Ja, ich auch. Und das war gut, weil ich mit Takaeschi zusammen da drin war. Wir hätten das locker klären können. Ne, kommt drauf an, wenn ihr jetzt so ne... Wir hätten einfach euch schießen können, bevor ihr... Ich hätte dir meine Hode ins Gesicht gedrückt, Alter. Seit ich sieben bin, werd ich daraus ausgebildet, um zu erschießen. Code ins Gesicht? Lecker. Lecker. Seit ich sieben bin, kriege ich Code ins Gesicht. Code. Code. Leute, ich bin Eno, weil die letzte Runde Trader war. Ich bin Detective. Okay. Wo seid ihr? Wer ist die Detective? Wer ist die Detective? Du hast das sagen. Was passiert jetzt? Ich schieße die goldene Waffe und dann schieße ich Berg. Ja, äh... Benimmt euch normal, ja? Ich spiele jetzt ein bisschen und ich mache sowas anderes, ne? Okay. Die goldene Waffe. Okay. Und dann schieße ich Berg mal für dich. Die goldene Dusche, Alter. Hups. Oh, ich bin runtergefallen. Oh Gott, nein! Oh Gott, nein! Oh, nee! Ich dachte, du bist gestorben. Bebe? Hallo? Ich seh dich doch. Wer fliegt da noch mit dem Heli? Ich will mitfliegen. Ich will mitfliegen. Der Heli fliegt krass. Bebe! Bebe, dass du das willst. Wer ist das hier? Ich bin tot, Alter. Ich bin runtergefallen. Wieso ist der tot? Ich hab kurz gedacht... Wer schießt hier? Wer schießt hier? Bebe? Selfie, Alter. Nee, ich hab ne... Ich hab ne... Ich hab ne MP7 hier. Ich hab nicht geschossen. Ich schwöre es. Ich hab nicht geschossen. Ich bin's. Ich bin's. Lega, er hat auf mich geschossen, Alter. Ich hab ne MP7. Du hast doch den Schuss gehört. Die hört sich so an. Du hast einfach geschossen auf einmal, Taka. Hä? Ich hab ne MP7. Die hört sich total anders an. Die hat sich der bedingst gesilenced angehört. Das war richtig merkwürdig. Was? Wenn ich dir erinnern, dass Selfie gesagt hat, es ist Max, ne? Das stimmt. Er hat auf mich geschossen das erste Mal. Das stimmt. Ja, dann kannst du mal bitte Selfie auch untersuchen. Ja, mach ich. Ja, mach ich. Warte. Warte, ich muss kurz dahin. Ey, wehe. Einer schießt auf mich, wenn ich da jetzt das mache. Nee, nee. Aber wenn er erinnern ist. Genau, dann würde ich ihn töten. Ja. Du einfachst es. Ey, er ist weg. Er ist weg. Er ist nicht mehr da. Ja, klar ist er weg. Ohne Scheiß. Geh gucken. Er ist weg. Zum ersten Mal in der Geschichte von Gary Smart, ey, ist einer weg. Es gibt auch so ne Traitor-Waffe, wo man einfach die Leichen aufessen kann. Ich werd beschossen. Ja, von wem Fab? Fab? Du musst Namen sagen. Von Sergeant Max. Sergeant Max. Ich hab ihn erwischt. Sehr gut. Okay, okay, okay. Taros ist bei mir. Alter. Hallo. Taros verhält sich sehr, sehr komisch. Ich bin nur oben rumgelaufen. Ja, ja. Du bist nur ganz oben rumgelaufen. Hier ist Fab. Hallo Fab. Fab, hast du den confirmed? Ich muss mal eben mich... Nein! Fab ist gestorben. Taros ist... Er ist gelogen. Ja, er ist gelogen. Ja, er ist gelogen. Oben beim Helikopter, oben beim Helikopter. Ne. Bestimmt nicht. Komm nicht... Komm nicht hoch. Ich soll nicht hochkommen? Doch, wenn du die Leiter hochkommst. Direkter dieser Eingang. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Es tut mir echt leid. Hallo? Hallo? Ich komm dir da jetzt hoch. Du mieser Wichser! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Taka sagt noch so richtig safe. Ja, wenn du die Leiter hochkommst. Und dann geht Birgi hoch. Er kriegt sofort in die Fresse, Alter. Hauptsache verpackt ist nur so ein Mikropel aus. Ich konnte ja nicht ahnen, dass der die ganze Zeit... Ich dachte schon kurz... Ja, ich dachte auch... Ich dachte, Taka ist da oben, nicht Taros. Mega gut. Also ich bin da auch ehrlich gesagt super dran vorbeigekommen. Ich war die ganze Zeit unten gefangen. Das war mein Problem. Ich bin gestorben und sagst du Mats, ist es und niemand reagiert. Ihr habt hier noch so geredet? Jaja, genau. Dann redet erstmal alle durcheinander so und ja, ich wollte nur kurz sagen, dass der Selfie gemeint hat. Ja, du siehst mal, wie ich dir zuhör aufzählen. Fapp hat Taurus voll verraten, wenn er nochmal nein gesagt hat, als er gestorben ist. Ja, es tut mir leid. Du musst direkt das Maul halten. Du musst direkt das Maul halten. Oh! Du musst direkt die Schnauze halten. Entschuldigung, ich hab geschossen. Hä? Schießt man denn mit der Waffe, das riecht merkwürdig. Ich bin inno. Ich bin Detective. Hast du die Raid? Nee, 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 nee. Raid, du musst die ganze Zeit mit dem Linksklick gedrückt halten. Ich hab grad voll geleckt. Damit ist hier explodiert, ne? Nein. Könnt ihr mich noch hören? Negativ. Bei mir leckt's. Connection lost. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Weitergehen bitte. Bitte weiter gehen. Bitte gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Bitte weitergehen. Bis zum nächsten Mal.